Hallo und gesenkt zu einem neuen Notizblog, heute mal zu Cities in Motion und wer Notizblog kennt, der weiß, Notizblog ist immer was kurzes und wenn es bei Cities in Motion einen DLC gibt, der nur kurz von mir abgehandelt wird, ist es glaube ich ganz klar, dass das keine neue Stadt ist, weil sonst gäbe es ja ein Let's Play von der neuen Stadt, sondern diesmal geht es um Fahrzeuge und zwar die Design Quirks, Design Eigenarten, wie es auf Deutsch heißt und das sind fünf Fahrzeuge in dem Pack, die, naja, sehr eigenartig eben sind, wie der Name schon sagt. Drei Euro kostet das Ganze und ganz ehrlich gesagt, Fahrzeuge sind mir relativ egal, das heißt, wenn ich euch das jetzt nicht zeigen wollen würde als kleinen Service, hätte ich es mir nicht gekauft. Ich habe zwar alle anderen DLCs, wo Fahrzeuge drin sind, die allerdings irgendwann erworben, wo sie billig waren, 50, 60, 70 Cent, gibt ja immer wieder Aktionen bei Steam, da sage ich mal, ist das okay oder in irgendein Bundle mitgekauft. Jetzt so, drei Euro für fünf Fahrzeuge, naja, da geht die übliche Diskussion los, lohnt sich das überhaupt, braucht man das, da kann man doch gleich irgendwelche Mods nehmen oder irgendwelche Community erstellten Inhalte, ist natürlich richtig, wem es gefällt, der kann zuschlagen, wem fünf Fahrzeuge gleich egal sind wie mir und drei Euro zu viel, der kann es auch problemlos auslassen. Nichtsdestotrotz schauen wir uns die fünf Fahrzeuge schnell an und sprechen ein bisschen zumindest über die Werte, weil eines haben alle gemeinsam, nämlich eine sehr, sehr hohe Attraktivität, das heißt, alle fünf Fahrzeuge in diesem Pack haben eine Attraktivität von 99%, also super attraktiv, sonst reihen sie sich relativ gut ein, was die Werte angeht, in vergleichbare Modelle. Was haben wir da jetzt? Einmal einen Hot-Air-Balloon, einen Heiß-Luft-Balloon, also in dem Fall ein Ersatz für den Hubschrauber, läuft relativ schnell, muss ich sagen, fliegt relativ schnell, ich glaube 90, wenn es mich nicht täuscht, das hat mich ein bisschen irritiert, hätte man ruhig ein bisschen runtergehen können, aber zum Glück wissen wir ja, das lässt sich problemlos per Mod verändern. Dann haben wir das Amphibius, ein Boot, das ausschaut wie ein Bus, kann leider nicht an Land fahren, das wäre natürlich nett gewesen, wenn man das irgendwie hätte hinbekommen, dass man hier Boote und Busse wirklich kombinieren kann, wenn es schon ein Amphibium-Fahrzeug ist, aber leider, das kann nur auf dem Wasser schwimmen. Dann haben wir den Caterpillar, das ist eine U-Bahn, die eben ausschaut wie eine Raupe, schaut recht witzig aus, aber ist einfach auch irgendwie fast das seltsamste Fahrzeug, zumindest für mich aus der ganzen Reihe, obwohl es auch mit den anderen nicht schlecht weitergeht, nämlich, und ich weiß jetzt gar nicht genau, ehrlich gesagt, wie man das ausspricht, Lusitania, eine Straßenbahn, müsste ich mal nachschauen, was das auf Deutsch übersetzt, heißt, eine Straßenbahn, die ausschaut wie ein Boot, also da wird auch schön durchgewürfelt vorher das Amphibien-Fahrzeugen-Boot, das ausschaut wie ein Bus und jetzt eine Straßenbahn, die wiederum ausschaut wie ein Boot. Und zu guter Letzt natürlich einen Bus, der wiederum in dem Fall ausschaut wie eine Straßenbahn. Nicht wie eine Straßenbahn, wie ein Zug. Und das ist ein Sightseeing-Bus, würde ich sagen, weil das ist eigentlich für mich neben dem Heißluftballon eigentlich das am wenigsten seltsame in dem Fall oder eigenartigste. Naja, weil sowas sieht man durchaus auch mal rumfahren. Ja, das war dann eh schon alles. Drei Euro, wie gesagt, bezahlt man für das Ganze, gibt es natürlich bei Steam und läuft auch problemlos mit den ganzen Mods. Zumindest mir werden mal keine Probleme aufgefallen. Ist natürlich in den gewissen Mods noch nicht drin. Ich bin sicher, der Caracuzio-Mod wird hier noch nachgebessert gelegentlich, dass da auch alles mit den Kapazitäten und Einführungszeiten und so weiter passt. Wobei ich glaube, wenn es mich nicht ganz täuscht, die Einführungszeiten bei den Fahrzeugen sind sogar schon korrekt. Das heißt, man hat die nicht alle ganz von Anfang an zur Verfügung, sondern ein paar kommen da, glaube ich, erst so gegen das Jahr 2000. Dann war es das und viele werden fragen, wie geht es weiter mit dem Let's Play? Geht es überhaupt weiter? Ja, es geht weiter, wenn auch nicht viel. Ich habe es ja schon im Stimmungsparameter gesagt, die eine oder andere Folge kommt da noch und dann werden wir es, glaube ich, abschließen und auf City's Emotion 2 warten. Dann wünsche ich alles Liebe und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, vier, denk und baba.